Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rayman Legends. Der Simon lacht sich hier gerade einen schlapp. Wir sitzen in diesem Let's Play mal nebeneinander, da es dafür keinen Multiplayer gibt. Keinen Online-Multiplayer. Und deswegen haben wir uns mal hier zusammengesetzt, um zusammen Rayman aufzunehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ein bisschen lauter sein könntest als ich. Ja, ich rede gerade auch ein bisschen lauter, ich kann auch ein bisschen mal sein. Boah, ich hab ne Lösung, ich hab einen guten Weg. Ich hab die beste Idee. Nur unterbrechen kurz. So, nach einem kleinen Cut, sofort zum Anfang, da Simon sich... Was? Was ist das? Warten wir das Licht ausmachen kannst. Achso. Nein, nicht das, das da hinten. Welches? Das große. So, alles klar, das Licht ist auch aus, Simon hat einen neuen Stuhl und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal. Ja, das ist alles ein bisschen neu hier gerade. Ja, wir starten einfach mal. Jetzt erstmal Zusammenaufnahme hier nebeneinander. Achso. Ich bin nicht doch, ich bin da. Ich bin da. Was machst du? Achso, Simon hat die alte... Wir starten natürlich ein neues Spiel. Richtig. Geht schon perfekt los hier. Ach ja. Ich muss wohl nochmal echt in die Steuerung reinkommen. Ich hab das noch nicht so oft gespielt, das Spiel. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchten sie auch nur eine Mütze Schlafzauber. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Graue nachher als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Ja, 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 ja. So, wunderschönes Intro. Das kann man natürlich ganz klar verstehen, was er sagt. Kann jetzt gerettet werden hier? Nice. Ich muss einmal andrücken. Leute, was war das? Achter. Hör mal bitte auf, ich muss gerade in die Steuerung reinfinden. Okay. Wo kann ich sprinten? Hier kann ich sprinten, hier kann ich leiten, hier kann ich schlagen. Ich muss gucken, dass du vielleicht den Controller, wenn es geht, am besten unter den Tisch nimmst. Weil sonst hat man das Klacken so laut von den Tasten. Kann man machen. Ich habe ja schon ein Secret gefunden. Äh, was? Achso. Ist das jetzt schon ein Level hier? Ja, ist der Einstieg quasi. Ich hoffe, das Spiel ist gerade nicht zu laut. Ey, wir können das ja leise machen. Also wir sind eh unabhängig vom Aufnahmezonen. Okay. Äh, wo ist B? Da ist B. So. Kann man hier was? Kann man das hier, das kann man doch raus... Ah, das kann man doch hier rausziehen. Ja, du musst, äh, so. Genau. Wir haben das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Wir haben es ja schon mal angefangen auf dem PC. Aber da ist uns dummerweise was dazu gekommen. Jetzt hört mal auf, ja. Lasst mal hier kurz reingehen. Und dann haben wir uns jetzt für die View-Version entschieden, weil die eigentlich die coolere Version von dem Spiel ist. Ist da jetzt noch Unterschiede bei? Ja, der Touchscreen. Wie der Touch... Achso. Ah, wie du sagst, wie steuerst. Die kleine Fliege. Ja, das stimmt. Ups. Ist das jetzt hier gerade das Level? Da ist so ein extra Ding jetzt. Das war ein zu hartes Level für mich. Wir spielen hier gerade den epischen Einstieg... Kannst du mal Witze aufhören, mich dauerhaft durchschlagen. Dankeschön. Ne, watsch-watsch-watsch-watsch-watsch-watsch-lassen. Sag mir doch mal was hier machen. Jetzt muss man hier... Merkling machen. Guck, jetzt drücke ich auf ein Touchscreen. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Aber dann kommt hier diese Fliege, die kann ich jetzt steuern. Ich meine hier eigentlich bei den Pflanzen. Achso. also ich bin jetzt die geile fliege die somit ach ich habe zwei sprungtasten fällt mir darauf ja wie und das ist hier das zum ziel das ist da geht es weiter nix okay dann kannst du hier reingehen wie denn läuft hier links auch erst mal den kann ich jetzt hier so kitzeln genau da kann sich unten noch die sachen holen so weg muss ich gleich in die tür rein ja guck mal was soll das werden guck mal ob hier rechts noch was ist okay nix ja aber ich muss immer schön nach sequels abschicken ich hatte kurz irgendwas im hals keine ahnung einen Frosch oh cool da musst du jetzt durchdrehen genau ist hier ein Kuss? ne so die kann ich hier auch so zahlen weil diese Murphy Level die ließen sich auf dem PC irgendwie schrecklich steuern finde ich geh mal nach links das ging da gar nicht klar das ist nicht gemeint ich wollte da eigentlich auch hinten die Punkte einsammeln was soll das müssen wir ja er kann sich so lang genau jetzt feiern wir müssen zuerst den Weg gehen hier befreien genau so muss ich hier und hier rein oder was ist das hier? ne einfach geduldet das ist nur Hintergrund was machst du? was machst du? ich bin schon drauf stehen zu sein oh scheiße das ist mir nicht das Gameplay jetzt hier zu kriegen Nein, Simon, ich bin auch in den Landschaftgang. Oh nein. Nicht so hastig hier. Ich bin da unten fest. Jetzt da oben. Hau drauf. Da rein. Genau, und eins. Wieso? Ist das ein Sequel? Ja, ist es. Ja, jetzt wird's... Witzig. So. Einfach mal loslassen. Äh, das war so, genau. Jetzt kannst du mit Wandsprung eigentlich da oben dran. Genau, und jetzt... Witzig, das ist in die andere Richtung. Nach rechts musst du. Genau. Jetzt hast du das Ding kaputt. Lass mich das mal schon, ich lass mich jetzt wieder zurück. Nee, nee, du musst nicht zurück. Du musst nur das Ding befreien, dann ist das Secret geschafft. Ja, gut. Dann... War das ja easy. Ich muss wieder irgendwas drinnen machen. Nee, ne. Wie ein extra Leben. Ja, nix. Dankeschön. Jetzt kannst du jetzt mal die Coin holen und hinspringen am besten. So. War's das schon? Nee, war's noch nicht, ne. Okay. Wollt ihr runter? Oder was ist da rechts? Ja. Nee, die haben wir erst mal runter. Gerade runter einfach. Okay, das scheint nicht zu sein. Wie sieht das aus. Da ist das wie kalt. Junge. Vorsicht. Alles. Das wird bei den... Boah. Bei den zweiten Leveln. Oh, was macht's? Bisschen ruhiger. Bisschen ruhiger. Ja, ich denke, dass du bist schneller. Bringst du mich rüber? Achso. Ja, hab ich vergessen. Zeig. Einmal rüber. Das ist kaputt. Dankeschön. Dann... Wieder... Boah. Jetzt gehen wir mal. Schau uns. Hey nice. Da haben wir's geschockt. Haben wir alle? Nee, einer fehlt uns. Nee, einer fehlt uns. Nee, einer fehlt uns. Nee, wir sind alle. Nee, guck mal da rechts, oder? Da rechts, da. Nee, das sind die Pokale. Achso. Also hier, das sind die Pokale. Oh, komm mal, ich kann tatschen. Und hier, die haben wir alle, die Kücher. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, wunderbar. Oh, alle Pokale. Sehr schön. Das geht jetzt nicht auf Zeit, ne? Nee, nee. Das leveln wir nicht auf Zeit. Es gibt auch Level, da musst du dich nachdem beeilen. Aber das grad nicht. Die gibt's auch so tolle Musiklevel, die finde ich am geilsten. Aber die werdet ihr später auch noch sehen. Ja, geh ich nochmal später davon aus, ne? Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, dass die geil sind. Okay, komm mal erst Level. Mit denen kann man sich doch Kuscheltiere kaufen, oder? Nee, wie war das nochmal? Nee, Kuscheltiere bekam man mit diesen Rubbellosen. Ach ja, genau. Komm schon. Äh, hier haben wir so'n Juxlos. Willst du? Musst du? Ja, ich kann's hier wieder auf dem Touchscreen von dem Gamepad rumrubeln. Ohhhh. Und was haben wir? Ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier. Ja? Warten wir? Natürlich. Wollen wir mal wieder... 20, oder? Gas um den Dreh. Bisschen länger ist jetzt auch nicht schlimm. Guck mal mal. Ein bisschen länger wegen der Vorzeiten, ne? Boah. Fällt das runter? Ähm, ja. Ja, kommt runter. Ja. Ach hier, das sind quasi die Druckplatten dafür. Ach so. Okay. So. Und das Leben hält sich dir. Ach so, das bekommst du. Okay. Das passt schon. Das passt schon. Ach, ich häng hier fest. Verdammt. Weih das auf. Du hängst da fest? Ja, danke für die Information. Nice. Ich weiß nicht, wenn man das länger nicht mehr gespielt hat, schon... Warte, guck mal auf hier oben. Ist, ähm, nochmal steuerungs... Ja. Umgewöhnungs... mäßig. Was? War mal hier selbst wie Super Mario gespielt hab, und das ist schon krass anders, von der Steuerung her. Äh, es warnt. Und was machst du? Hast du Lust, auch runterzuspielen? Haha. Okay, ähm. Was musst du machen? Was müssen wir machen? Wir müssen jetzt... Hast du irgendwas mit einem Touchpad? Wir hätten uns merken müssen, aus welchem die gefährlichen Sachen rauskommen, aus welchem nicht. Das war nicht gefährlich. Oh. Was machst du? Okay. Hier kommt auch was... Oh. Ich... Nein, warte! Beleg mich erst wieder, bitte. Schrei doch nicht noch. Jetzt, jetzt unten, kommt natürlich das Gehirn nicht raus. Das wusste ich, wollte es dir nur zeigen. Schlaube, schlaube die Toten kommen so im Büro das sind böse. Jetzt will ich mich jetzt wieder. Jetzt kommt natürlich hier unten das Gute raus. Ah, herrlich. Das wusste ich natürlich, wollte es dir nur zeigen. Ja, wahrscheinlich. Komm, und so. Ja, ich wollte ihn überreffen. Der falsche Fassbücher. Oh, da oben noch was. Und so kommt. Ich komme zurück. Okay, ich will sagen, dass wir uns nur einfach malen. Okay, nice. Alles. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ein Leben hast du verloren. Ja, das muss man. Ausstellt. Ähm. Oh, hier, die kann nicht aus uns zurückkehren. Leute, wie das aussieht. Guck mal, wenn man schwimmt. Lass. 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 Wir können nicht orderly kommen ob es in Höhe der Bus. Lassen. So road für gute Danke, hier und jetzt απο das Team,8 Wörtern. Ein Thema ist Lass. Hallo, was macht's den Lass. Hallo ich bin weil wir brauchen das Schild wir können so bußen Reimann zu warte da ist noch was wenn man geht einfach hier lang nein man geht hier lang hier ist der offizielle weg doch nicht mit fassen so schädig hallo warte noch auch deine hilfe nicht war hart so freuen die sollen noch nicht warten also so ist hier noch was ich weiß nicht ja scheinbar gut dass ich mal wieder so aufmerksam bin oben oben haben was oben oben mann simon oben jetzt kommen nicht zurück dort ist easy guck hier du musst es nur wollen das bürger sagts eben zu mir ruhiger machen und dann sprintet der hier lang nicht immer muss es nur wollen das passt au so hier habe ich nice äh was hier und nix und nix und nix was sind dann aber warte 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 rot gegessen nicht gegessen werden hier ist hier noch was hier ist noch was hier ist noch was tatsache siehst du jetzt kannst du da wieder hoch oh hier kann man hier das ist so gut um sie nicht so aus wir testen das ganze mal ne ne nicht sterben ich kann schon extra leben das ist ein Tag ne 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 hälst du ne hälte dich hälte dich fest hier schawper oben war nichts Ne ich glaube nicht crisis nicht drauf geachtet 93pt nn jetzt gut ja ich komme klar nicht lass zurück klar auf du Asi nicht so schnell hier ist irgendwas scheint nichts besonderes zu sein doch hier Ok, warte. Ja chill, hallo. Ich hab's doch. Alles okay. Alle. Warte, hier hinten noch nicht hinter. Ist das nur ein Leben? Ich bekomme halt irgendwie mega Bock auf die Musik mehr, ne? Oha. Was machst du schon wieder? Ich ging da fest. Warte, immer mal gucken, ob ihr links da ist. Oha. Nix war nix. Wo bist du da gestorben? Ich bin auch die, die Landschaft ist so geil da unten. Ich bin auch die Landschaft zu formulieren. Ist schon echt schick. Warte mal. Oh, guck mal, ist das Ziel schon. Was da oben, guck mal da oben, da oben, da oben. Kann man da irgendwas mit da machen? Äh, warte, ich teste mal. Ja, aber man könnte gefragt werden. Ja, gut. Wunderbar. Ok, auch ins Ziel. Aber wieder alle, ne? Das ist wunderschön. Alle Pokal sogar. So. Ich würde sagen, weil es die erste Folge jetzt machen wir einfach noch ein Level, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Ähm. Machen wir den auch wieder komplett abgeschlossen. Ah, cool. Äh. 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 Das ist hier. Das ist hier. Als kurzes Level so zwischendurch kann man das auch mal machen. Das finde ich sehr geil. Ja, das ist hier das. Eine Rette Barbara. Womit ich schon hässlicher Typ. Ich habe mir gar nicht alles zu gucken. Denke ich mir auch immer, wenn ich so links rüber gucke. Ja, Mann, das ist. Äh. 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 Da kommt man nämlich eigentlich nicht so rein. Wenn es jetzt so ein Diss bringen müssen, wie ja links ist auch dein Spiel. Ja. Du bist dran. Murphy. Okay, dann kommt wieder Touchscreen Power. Bitte. Du, 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 du. Du musst dich glaube ich beeilen, dass die Feuerwand dich nicht hilft. Alter. Ja, ich kann leider nicht schneller. Du musst dich beeilen. Wir müssen uns beide beeilen, glaube ich. Scheiße. Ja, egal. Hab ich jetzt leider nicht bekommen. Sonst müssen wir es nachher nochmal machen. Sonst tauschen wir einfach mal die Rollen gleich. Sicher, dass ich das schaffe? Ähm. Du musst das zum ersten Mal. Verkläglich scheitern wahrscheinlich. Das ist ja nicht so schwierig. Du musst einfach nur touchen eigentlich, ne? Tatschen. Hierbei muss man eigentlich nur laufen. Du warst ein bisschen langsam. Ach, was? Du warst du ein bisschen langsam. Ja, passt. Aber ich hab's geschafft. Nice. Ja, haben wir jetzt einen leider nicht bekommen. Sollen wir andersrum was sagen? Mal wechseln? Ja, wenn du touchpen willst, äh, touchpen willst, kannst du auch einen Stift nehmen. Das ist vielleicht was easier. Äh. Du müsst'n schön mitkommen. So, oh. Erstmal gegen das Mikrofon hauen. Ja, tut mir leid. Da schwingt die Tonspur. Das kann ich jetzt aber hier machen, ne? So. Rette Barbara. Barbara? Geil. Was muss ich jetzt machen? Du musst touchen. Du musst erstmal da reinspringen in das Level. Äh. Wie denn? Ne? Was wir alles ganz schön geschafft haben. Ja, aber wir wollen natürlich, äh, alle, alle, soms haben. Ja. Wollen wir auf 100% spielen, so? Ja. Achso. Du bist dran, Murphy. Heißt mich ja der hässliche, grüne Charakter. So, äh. Äh. Diese Dinge, die nachher kommen, die musst du hoch halten. Diese, äh. Harmonika-Teile. Ja, ich muss mich grad konzentrieren. Tut mir leid. Die musst du festhalten. Genau. Fuck. Ich hab' auch verpasst. Mann, bist du schlecht. Kann's ja gar nichts. Ja, scheiße. Okay, neuer Versuch. Alles Glück. Hast du's konstiert? Hahaha. Was war das denn da für eine Action? War ein kleiner Fail? Nice. Aber gut, dass man da wieder's braucht. Ja, das sind noch nicht die ganz schweren, tatsächlich. Wo man... Wie soll man die da ran? Ja, ich geb' mein Bestes. So, dann ist es ein bisschen ungewöhnlich, den Controller jetzt in der Hand zu haben. Ja. So. Nachdem ich eben das Gamecache hatte. Ich gewinn mich... Was machst du? Ich wollte oben rum. Aber scheinmal haben wir genug Zeit. Warte, du musst mal festhalten. Ja, das ist... Das ist so. Du musst das Festhalter, hab' ja gesagt. Das ist ja noch das, äh... Erste. Stepp noch mal. Stepp noch mal. Nein. Ich brauch' den nicht mehr, den haben wir ja schon. Jetzt zieh hoch! Wieso? Irgendwie? Geht das Feuer nicht weiter. Ja, wir haben relativ viel Zeit, ne? Du musst hoch. Ich will gucken, wie lange das bleibt. Ah, das geht sogar zurück? Tja. Ja, später ändert sich das. Das ist eine Verarsche hier. Aber es ist halt noch erste Welt, das ist noch nicht so hart hier. Ja, trotzdem. Nice. Aber interessant zu wissen. Ja. So, mal wieder tauschen hier die Kontrolle. Das ist eine große Leere. Tut uns leid für... ...chromische Nebengeräusche. Das ist Daniels Mutter. Mama, bist du mal bitte ruhig? Mensch. Die quietschen im Hintergrund. Komm, wenn du den Charakter willst, kannst du jetzt hier schon ins Bild reinspringen. Ja, ne. Doch, ich will eine Frau sein. Ich bin gerne nur eine Frau. Ja. Ja. Ich habe es immer gewusst. Ähm, du musst jetzt auf Helden wechseln klicken. Welche Taste? Die. Achso. Ach, ne. Jetzt sind wir in der Lobby. Oh, den will ich haben. Na, da sehen wir uns zu Ende. Nein. Hallo. Ich nehme den hier, weil der einfach geil ist. Ich will den haben. Wo ist er? Ganz links war der... Ja, da sehen wir uns so nicht mit ähnlich, Alter. Nö. Ne, gar nicht. Hey, komplett andere Frisur, andere Farbe. Ich finde das jetzt nicht krass. Nimm den ein, der sich ein bisschen mehr unterscheidet. Mhm. Tu du auch. Nein, ich bleib bei denen. Ja, ich will diesen Hip hin. Na doch mal auf hier. Ich will diesen Hip haben. Den ich gerade habe. Hau auf jetzt. Okay, komm. Wie viele gibt es hier? Ein paar. Wir gehen einfach mal... Ja. Ich komme nicht hinterher. Wir gehen einfach mal zurück. Ich würde sagen, wir gucken schnell noch über den Kuscheltieren vorbei, oder? Oh ja. Oh ja. Kuscheltiere. Hab ich gerne. Creatures. Kreaturen. Na man hier. Die kann man doch so geil bekauen, ne? Was ist das denn für eins? Das ist ein Wüstenviech. Weg damit. Brauchen wir nicht lesen. Ha. Ich würde ihn weglaufen. Ich habe noch so ein geiles Rubel los. Oh. 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 Und wir kriegen Blooms. Und was bekommen wir nochmal bei den Origins? Die alten Level, ne? Äh, die alten Level, genau. Okay. Äh, ich würde sagen, das war's denn für den ersten Part. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Also ich gehe einfach davon aus, dass Daniel das hofft. Ne, eigentlich hoffe ich, dass ihr das scheiße fandet. Äh, weil dann muss ich hier nicht nochmal mit Simon zusammen nebeneinander die Scheiße ja aufnehmen, was mir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Aus diesem Grund würde ich sagen, haut rein, ciao. Tschüss. Tschüss.